Das ist die Zwitscherbox, Salerno. Servus. Das ist die Zwitscherbox. Zeig's euch mal. Hab ich gerade entdeckt hier bei Neckar Caravan in Winkelsbühlen. Das ist mal richtig cool. Das ist mit Bewegungsmelder und kann man kaufen. Kann man kaufen. Starke Nummer. Das ist so angenehm, wenn das Ding losgeht, dass es nichts aufzunehmen ist. Wenn das irgendwo reingeht und dann Ding-Ding-Dong. Obwohl Ding-Dong ja noch geht. Es gibt verschiedene Designs. Die Caravan in Winkelsbühlen besteht aus diesen zwei lieben Herrschaften. Servus. Servus. Bevor wir zu euch und zu eurem tollen Geschäft kommen, muss ich eines sagen, bin gestern Abend angekommen in Winkelsbühlen auf dem Störplatz. Trotz des etwas nassen Wetters habe ich mir diese schöne Altstadt bei einem Lauf einmal quer durch die Lange Gasse. Stimmt das? Ja, genau. Richtung Restaurant, wo wir uns getroffen haben. Abends auf ein Rad schwimmen, sagt dem Bayern. Und das ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Das ist, du hast mir gesagt, die haben ja hier sich schon was verdient. Ja, die dürfen sich die schönste Altstadt Deutschlands nennen. Und du hast es ja gesehen. Dieses alte Fachwerk, Kopfsteinpflaster, so dieses typisch-urige, das ist Ding-Dong. Ganz coole. Ja, sehr schön. Auf einem Field drin gesteckt hier. Also das ist wirklich, muss man sagen, da ist ein Haus schöner als das andere. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, diese ganzen Seitenplassen. Der Bürgermeister von Dingelsbühlen hat sehr viel Wert auf die Erhaltung der Stadt und ist sehr stolz auf seine Wohnmobilstellplätze, wo es ihn gibt. Es kommen auch sehr viele Camper und auch sonst Urlauber in die Stadt, weil es eben einfach wirklich eine unglaublich schöne Stadt ist. Eine wahnsinnig tolle Altstadt mit vielen kleinen Lädchen und ein tolles altes Kopfsteinpflaster usw. Richtig, richtig schön. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Doch, Dingelsbühlen ist auch im Winter sehr schön. Die haben einen sehr schönen Weihnachtsmarkt. Klein, aber sehr altertümlich gestaltet und mit sehr vielen traditionellen Dingen. Mit viel Handwerkskunst. Genau, mit viel Handwerkskunst und wird auch in der Winterzeit von den Campern besucht. Man sieht öfters mal unten auf diesen Stellplätzen auch im Winter die Wohnmobile stehen. Ganzjahrescamping ist ja hin. Absolut. In den letzten Jahren der Anteil unglaublich gewachsen. Ich habe mal Umfrage gemacht. 18, 17 Prozent fahren mit ihren Fahrzeugen jetzt ganzjährigen in der Gegend rum. Also das war vor zehn Jahren noch ganz anders. Da war Wintercamper, Wintercamper und nahe Wintercamper. Ja, da hat man noch viel mehr Kennzeichen als Saisonkennzeichen gesehen. Jetzt hat man viel mehr Jahreskennzeichen, weil eben auch im Winter das Camping unwahrscheinlich schön ist. Man hat tolle Landschaften. Auch in Deutschland selbst gibt es schöne Ecken im Winter. Erzgebirge ist sehr schön. Spreewald ist sehr schön im Winter. Wir hatten auch früher viel mehr Winter. Das muss man auch dazu sagen. Ja, da gab es natürlich viel mehr Winter. Das ist wichtig. Das fahren jetzt ein bisschen einfacher jetzt. Das sind schöne Ecken. Ich drehe mich hier so ein bisschen rum, weil was mir zuerst aufgefallen ist, ist diese wirklich geschmackvoll, nicht überladene, mit sinnvollen Produkten garnierte Ausstellung. Dankeschön. Dekorierte garnierte Ausstellung. Dankeschön. Und da blieb es dir du. Das ist so dein Steckenfeld hier auch. Ja, das mache ich gerne. Ich habe auch eine Zeit lang im Handeln gearbeitet. Deswegen habe ich da vielleicht auch ein bisschen das Handling dafür. Und es geht viel über die Optik. Ja. Und das ist das, was wir hier erreichen wollen. Und das ist auch ansprechend für den Camper, Kunde ist. Und man soll sich bei uns wohlfühlen. Oh ja. Und deswegen kommt auch jeder da bei uns ein Getränk, ein Cappuccino. Der übrigens sehr gut ist. Danke. Bitte. Und für uns ist es halt wichtig, auch ein bisschen zu verweilen und die Wertschätzung zu erhalten und zu pflegen vor allem. Das ist ganz wichtig für uns. Ja, die Kunden sollen sich ja wohlfühlen, wenn sie hier reinkommen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Die sollen hier spüren, dass wir alle in der gleichen Situation, in dem Camperfeeling sind. Möchten einfach, dass hier der Kunde reinkommt, Platz nimmt, ein Schwätzchen mit uns hält. Auch wenn er einfach mal vorbeikommt, nur einen Kaffee zu genießen. Genau. Dass jeder herzlich willkommen, weil wir das unheimlich gern machen. Ein Meinungsaustausch. Wir wollen eventuell auch, wenn wir wieder dürfen, wenn Corona die Situation das zulässt, einen Camperstammtisch ins Leben rufen, wo wir dann auch hier ein-, zweimal im Monat so ein richtiges Campertreffen veranstalten wollen, um Meinungsaustausch zu treiben. Mensch, wo warst du? Wo könnte ich hinfahren? Die Stellplätze, da gibt es ja oft so tolle Geheimtipps. Das finde ich unwahrscheinlich wichtig, dass hier ein Austauscher stattfindet. Also man merkt, dass ihr zwei habt euch gefunden. Total. Und ihr habt glaube ich auch euren, ihr macht ja das jetzt nicht erst seit einem Jahr oder zwei, ihr seid leidenschaftliche Camper und das hat euch dazu geführt, auch was für die Camperwelt zu tun. Ja. Das muss man wirklich sagen. Du bist derjenige, der nicht wie ich zwei linke Hände hat. Nein, ich habe eine rechte und eine linke. Genau. Du kannst beide gut nutzen. Ich kann beide gut nutzen. Ich mag sie mal in meinem Mundwerk. Im handwerklichen Sinne natürlich. Darum bietet man natürlich auch sehr viele Umbauten, Ausbauten an. Also ich baue auch komplett aus. Ich habe jetzt zwei Kastenwägen, wo ich ausbauen darf. Ich installiere Solaranlagen, Lithium-Akkus, Wechselrichter. Wir tauschen Dachfenster aus. Alles was halt der Bedarf ist. Genau. Wir reparieren auch Dinge, die kaputt sind. Das ist auch kein Thema. Man muss sich da ein bisschen Mühe geben, wenn man das möchte. Wichtig ist natürlich, dass die Fahrzeuge von meinem Kunden auch betrachtet werden, wie wenn es mein Fahrzeug wäre. Genau. So muss auch der Einbau stattfinden, wenn ich was verbaue. Es muss sauber, ordentlich gemacht werden. Mein höchster Anspruch ist an mich selbst zugerichtet. Ich möchte, dass der Kunde auch dauerhaft da bleibt, zufrieden ist mit dem was er kriegt. Er zahlt gutes Geld. Er soll auch super gute Arbeit dafür kriegen. Das ist für mich ganz wichtig. Das ist bei euch selbstverständlich. Selbstverständlich. Das kann man herausfühlen, was oft nur eine Floskel ist. Nein. Bis zur Unterschrift alles so war und dann geht es ein bisschen der Servicegedanke verloren. Ihr holt Autos, ihr bringt Autos, ihr shuttelt, ihr helft. Ihr putzt sogar die Toiletten, wenn einer umstellt. Das ist der Hammer. Ich flitze mal zwischen euch durch. Ja, sehr gerne. Abstand, Abstand, Abstand. Sehr gerne. Schwimmnudelabstand passt wunderbar zum Solbio. Nein, nein. Ich stehe dazu. Ich habe es oft genug gesagt. Ja. Da wäre ich sogar bestechlich. Ich glaube es mir trotzdem. Wird es die Wochen wieder aufgefüllt? Ich will immer bitte bestätigen. Ja. Das stimmt. Nein. 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 Aber das ist einfach nur geil. Da bin ich verantwortlich. Absolut. Bis jetzt war ich immer nur verlobt mit dem Produkt. Nein, das stimmt wirklich. Das ist richtig cool. Und da siehst du also, du bringst dir her, du bist jetzt irgendwie so der Chemie-Fan gewesen bis jetzt. Dann dauert das ein bisschen, bis man das Klo an das Solbio gewöhnt hat, damit die Bakterien ja nicht mehr machen können. Und das macht ihr. Ja. Ohne Aufpreis, wenn einer umsteigt. Ja. Kein Aufpreis. Ja, weil die Problematik ist ja, Entschuldigung, dass ich ein Wort falle. Die Problematik ist ja, dass die Chemie das Kunststoff die Oberfläche leicht angreift, weil die Chemie ist natürlich scharf und hartnäckig. Ja. Und in dem Kunststoff die Chemie drin sitzt. Genau. Und die muss man, wenn man auf Solbio umsteigt, einfach erst rausspülen und dass das Solbio auch wirklich funktioniert. Und auch wir sind überzeugt von dem Solbio, es gibt nichts besseres. Es ist einfach so. Und damit aber der Kunde auch wirklich, wenn er umgestiegen ist, von Anfang an den Erfolg mit uns teilen kann, muss ich die Toilette vorbereiten und mache das auch gern kostenlos. Das ist auch ein Anteil an die Umwelt, wo ich für ganz wichtig und selbstverständlich finde. Ja. Der Kunde möchte umsteigen, kein Problem, bring mir die Kassette, ich bereite dir so vor, dass das Solbio vom ersten Tag haben funktioniert. Genau. Und dann ist der Kunde glücklich, ich bin glücklich, weil wir wieder was für die Umwelt geschaffen haben. Ist so. Und ja. Auch für einen Camper vielleicht. Er kommt nach Hause, hat vielleicht noch was drin in der Toilette. Er kann wirklich die Toilette entsorgen. Genau. Er schadet jemandem. Genau. Ich nehme es zum Putzen der Außenhaut, wenn ich die Regennasen drauf habe, genauso wie ein Sprühmittel. Also für die, für unser älteres Modell, Wohnmobil, die Nasszelle habe ich geputzt, mit Solbio perfekt wie neu. Und das riecht noch gut. Genau. Also ich stehe da auf der Kunde. Genau. Nein und wir möchten dann eben auch dieses erleichtern für den Kunden, weil viele haben die Möglichkeiten nicht daheim, dieses jetzt, ich sage jetzt mal für diese gewisse Zeit vorzubereiten. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das hier. Wir haben die Möglichkeiten. Und bei dem einen dauert es vielleicht mal ein bisschen länger. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das und das gehört für uns dazu. Machen wir gerne. Das ist genau diese Vorbereitung. Genau. Der Service, den man dazu braucht. Auch Dr. Kedow habe ich gesehen. Habt ihr was dagegen, wenn wir das Solbio-Video von der CMT oben dazuhängen lassen? Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Jetzt macht er hier bloß noch Werbung für Solbio. Nein, sehr gerne. Sehr gerne. Ich glaube, das bringt uns ja allem was. Ja. Auch Dr. Kedow hat schon öfter gefilmt. Ganz liebe Grüße an Dr. Kedow. Da habe ich meine ganz charmante Gesprächsparte. Da muss man so schön auf der Messe sehen. Da sieht man sich dann. Ich bin ja gerne mal auf Messen. Hoffentlich kommen sie auch bald wieder. Ja. Wir hoffen. Aber wie gesagt, ein Einzelabstand, das kriegen wir hin. Ja. Was ich total cool finde. Ich bin ja auch im Wohnmobil immer am gucken. Du hast halt deinen Lebensraum da um dich rum. Wo stehst du gerne? Wo sitzt du gerne? Und ich finde es bei Teil-Integrierten schon cool, wenn die so eine Bar haben. So was wünsche ich mir bei einem Wohnmobil. Hier. Das ist verführt, um noch länger bei euch zu bleiben. Als ich es jetzt eh schon tue. Das habt ihr selber gemacht aus dem Stück? Ja. Wir haben das selber gemacht. Das ist ein Baum gewesen. Das haben wir im Sägwerk schneiden lassen. Dementsprechend auf so eine Platte. Und die haben wir dann selber aufbereitet. Die Rinde ein bisschen weggemacht. Angeschliffen, dass sie schön sauber ist. Und mit ein bisschen grundiert, damit die Oberfläche schön glatt ist. Und war mein persönliches Highlight. Ich finde das ganz toll. Ja. Das ist Bahn. Das ist Einladen. Das ist Selfmade. Genau. Wir Camper lieben ja irgendwo ein bisschen die Natur. Das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Genau. Und darum muss das so eine Theke sein. Und das ist so witzig, weil nicht du der Erste bist. Und dann wirklich jeder sagt immer, hier ist schön und hier will ich stehen bleiben. Und ich möchte mich gar nicht irgendwo anders hinsetzen. Das ist echt witzig. Ja. Das ist cool. Genauso soll es sein. Das ist Einladende. Ihr macht Vermietung, macht Verkauf. Verkauf von den Fahrzeugen, die ihr für richtig erhaltet, wenn man jetzt eine Beratung hat. Das muss halt zu einem passen. Also genau. Ich verkaufe nicht die Fahrzeuge, die ich für richtig halte, sondern ich verkaufe die Fahrzeuge, was der Kunde gern möchte. Das ist für mich ganz wichtig. Es muss eine Bedarfsanalyse gemacht werden, was der Kunde wünscht. Was hat er vor mit dem Fahrzeug? Wo möchte er hinfahren mit dem Fahrzeug? Wie möchte er sich in dem Fahrzeug aufhalten und verhalten? Dementsprechend machen wir eine schöne Bedarfsanalyse. Und dann suchen wir miteinander das Fahrzeug raus. Außer der Kunde hat schon gewisse Vorstellungen. Dann kann ich auch jedes Fahrzeug besorgen. Das ist überhaupt kein Problem. Noch dazu dann das Zubehör dementsprechend einbauen, wenn da Bedarf da ist. Umbauten machen dementsprechend, sodass es wirklich für ihn eine ganz tolle Heimat ist auf Rädern, wo er sich vom ersten Moment an einfach wohlfühlt. Und das ist für mich ganz wichtig. Auch hier wieder der Service-Gedanke natürlich. Aber nicht nur Service, weil man da verpflichtend gegenübersteht, sondern Service, weil ich das auch lebe, weil ich das möchte, weil das mein Anspruch ist und weil ich das einfach... Wir zufriedene Kämpfer kommen wieder. Genau. Das muss passen. Genau. Die sind auch gerne, oder die sind sehr dankbar für ein offenes Wort. Ich habe das ganz oft erlebt auf Messen und auch bei anderen Händlern. Da ist halt dann irgendwann das Heck quer, wo du übereinander drüber steigen musst, da wird emotional irgendein Schnellschuss gemacht, auf der Messe 60.000 Euro ausgegeben und in der ersten Nacht weiß man schon, nee, die Treppe gehe ich nicht mehr rauf. Genau. Und dann fängt das große Heulen an. Genau. Man muss ja ganz ehrlich sein, wenn man mal ins fortgeschrittene Alter kommt, wenn man mal 60, 65, 70, man ist nicht mehr ganz so agil und ich muss dann aber die Leitern da hochkrabbeln, da ist die Frage, ist das dann wirklich das Richtige für mich oder kann ich nicht wirklich ein anderes Bett nehmen, wo ich nicht hochsteigen muss oder eine bequemere Treppe habe. Ein Punkt von vielen. Von vielen, genau. Es gibt ganz viele. Aneinander vorbeigehen, hast du die Klotür ins Kreuz oder nicht, oder die Bautür oder wie auch immer. Ja. Wieviel brauchst du wirklich in der Küche? Ganz genau. Reicht eine Winkelküche, reicht eine Längsküche? Aber wie gesagt, viele Themen, die kriegt ihr hier von den beiden mit Sicherheit. Darum die Bedarfsanalyse ganz wichtig. Wie koche ich, wie koche ich viel, koche ich überhaupt und und und. Genau. Vermietung macht ihr? Ja. Vermietung, ganz wichtig für uns. Mit sehr gut ausgestatteten Fahrzeugen, das kann ich gleich mal vorweg nehmen. Da werden wir aber noch mal darauf eingehen in Teil 2, wenn wir dann eine schöne Lamarca zeigen. Da können wir es auch wirklich zeigen, dass es so ist. Also wir vermieten Fahrzeuge, die voll ausgestattet sind. Da ist meine Frau Fee dafür und dafür verantwortlich, weil sie ein geniales Feeling dafür hat. Natürlich weiß ich ganz genau, was man braucht und dementsprechend wird das auch geschmackvoll eingerichtet. Mit Teller, mit allem drum und dran. Wir möchten einfach, dass der Kunde hierher kommt, der Kunde, der Camper, hierher kommt, mit seinem Auto, das Auto hier vor der Tür abparkt, seine privaten Sachen, sein Hab und Gut einräumt, was er braucht. Um sich nichts weiter kümmern muss und von der ersten Sekunde an Urlaub hat. Der Urlaub muss hier beginnen. Ja. Mit einem tollen Cappuccino und ein kleines Gespräch, eine tolle Einführung, damit er sich mit dem Wohnmobil auch vertraut machen kann. Und dann geht es ab in den Süden oder wo auch immer oder innerhalb Deutschlands, wo es sehr schön ist. Ja und für die Neueinsteiger war es uns halt wichtig, dass der Neueinsteiger an so viele Dinge ja gar nicht denkt. Ist uns ja früher selber so passiert. Und deswegen, wo er sich dann halt um Geschirr, Ausrüst, Ausstattung nicht mehr kümmern muss oder keine Gedanken verschwenden muss, sondern erstmal das Ganze, wenn er es wirklich zum ersten Mal probieren möchte, einfach ausprobieren kann. Ohne, dass er sich jetzt im Urlaub feststellt, boah, ich habe den Korkenzieher vergessen. Ja, ja, genau. Also so Kleinigkeiten, ja. Ja, richtig. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das so. Klingenzieher auch schon selber so. Sag ich ja. Uns ist das ja selber schon so gegangen. Und dann haben wir mitgenommen, den Korkenzieher. Oh Mann, oh. Genau. Oder nach den ersten 500 Meter ist Porzellan dabei gehabt und er fährt halt so schnell um die Kurve und dann hat er erst das halt hinten geklärt. Denken wir nicht dran. Und das wollen wir halt vermeiden. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen dieses Camping halt schön machen. Ja. Oder zeigen, wie es wirklich ist. Genau. Das soll den, der es auch ausprobieren möchte, natürlich von Anfang an Spaß machen. Genau. Er muss Freude dran haben, weil nur dann habe ich ja wirklich Spaß an der Situation und an dem Urlaub und bin geneigt, auch das gern wieder zu tun. Genau. Ja. Das ist unser Bestreben. Das passt ganz gut. Wollen wir nochmal in diese, in diesen kleinen Raum reinschauen? Habt ihr euch nochmal mit allem habt ihr euch mitgegeben, aber hier besonders, das ist auch so dein Steckenpferd. Ja, da haben wir Coziol, die made in Germany, made in im Odenwald und das ist, das ist, ich sage jetzt mal ein schickeres Campinggeschirr. Ja. Ist nachhaltig, ist aus Zellulose, schaut aber echt schick aus, man sieht nicht, dass es Plastik ist und vor allem ist es auch leicht, was auch ganz wichtig ist im Campingbereich. Und wie zum Beispiel bei den Gläsern, die sind so stabil, da kannst du nur einen Hammer draufschlagen, die gehen nicht kaputt und sie schauen aber nicht aus wie Plastik, aber es ist Plastik. Ja, also und es sind halt so Kleinigkeiten, auf die wir halt geguckt haben, wo ich gesagt habe, es sollte halt wirklich schick sein. Das ist Hammer. Auch wertig, wertig, genau. Und bei denen zum Beispiel, hat man halt innen drinnen, kannst du die ineinander reinstellen und dann sind innen drinnen diese starbe Kante. Sehr geschmackvoll. Genau. Ja, das war bis jetzt immer so ein Thema, das war halt so typisch Camping. Genau. Bei jedem der Seite natürlich, wir sind wir ja wieder bei der Toleranz, die sich das kaufen, was er will. Ganz klar, ganz klar, was er möchte, aber das ist halt mal wieder ein bisschen was anderes und ich glaube, die haben da ein gutes Konzept und mir hat das sehr gut gefallen, deswegen habe ich gesagt, das möchte ich gerne und mit diesem Geschirr sind auch unsere Fahrzeuge ausgestattet. Siehst du immer. Genau. Da werden auch keine Kosten und Mühen gescheut. Nein. Das ist wieder genau der Punkt, dass man sagt, ein schöner Urlaub, muss da beginnen. Du passt so perfekt neben das Bild mit der Sonne hinter dir. Dankeschön. Das spiegelt euch wieder in allem und viel Erfolg. Ihr habt jetzt auch das Unglück erwischt, lange geplant und dann kam ja jetzt diese Geschichte. Ich mag das Wort schon gar nicht mehr sagen. Ja. Aber danke im Namen aller Camper fürs Durchhalten und ich glaube, es wird alles gut und ihr seid auf dem richtigen Weg. Das kann ich jetzt mal widerspiegeln, weil solche Leute braucht das Campingland. Ja. 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 Ja.